Bist du heute der Erwachsene, den du dir als Kind gewünscht hast? Bist du erwachsen? Also bin ich erwachsen, erstens. Oder lebst du das Leben, das du dir als Kind gewünscht hast? Nein, Wien war ganz weit weg. Also ich habe ja quasi einen multiplen Milieuwechsel hinter mir, soziologisch gesprochen. Das war nicht in meinem Vorstellungshorizont, so wie ich heute lebe. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin ein Bergbauernkind. Ich habe das geliebt einerseits, andererseits aber auch gespürt, dass das jetzt nicht meine Berufung ist. Wenn dein elfjähriges Ich jetzt dich beobachten würde, jetzt so etwas würde es sich denken würde. Das wäre amüsiert. Das würde sagen, ich will auch, glaube ich. Das ist schon in Ordnung. Aha, so ist das auch möglich. Ich glaube, das hätte doch als Appeal, dazu zu schauen. Welcher Matthias sitzt jetzt eigentlich vor mir? Also kennengelernt haben dich wahrscheinlich alle in der großen Masse als Politiker. Dann aber war es nicht so, dass du aufgehört hast und weg warst, sondern du bist offiziell Portfoliounternehmer. Du bist Autor, du bist Filmschaffender. Auf mehreren Sendern gleichzeitig. Du machst extrem viele Sachen. Du hast in der Corona-Krise jetzt versucht, die negativen Eigenemotionen umzumünzen in einem Buch. Jetzt erscheint ein Buch morgen von dir. Wer sitzt gerade vor mir? Ich bin immer dasselbe. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Das ist ja meine Metaberufung. Also nicht in diesem, im letzten Buch. Seit Pilot deines Lebens habe ich dieses Konzept der Metaberufung auch vorgestellt. Nämlich, dass mein Dasein als Vater, als Ehemann, als Nachbar, als Bürgerbeweger, Politiker, Start-up-Unternehmer, Filmschaffender, Autor, Parteigründer, speist sich alles aus derselben Quelle. Nämlich der des Gärtners des Lebens und des Divine Architects. Schwieriges Wort. Aber beides habe ich bekommen in einem Traum tatsächlich. Der vorausgegangen ist meiner Vision Quest, als ich fünf Tage im Wald gelegen bin. Mit dem Traum habe ich nicht viel anzufangen gewusst. Allerdings bin ich um halb sechs aufrecht gestanden im Bett, da in einem Apartment am Neussiedler See. Ich habe diesen Traum extrem detailliert in Erinnerung gehabt. Im Nachhinein habe ich gelernt, das ist ein luzider Traum. Habe ich dann aufgeschrieben, vier Seiten. Und da drin kam dieser Gärtner des Lebens vor. Und auch dieser Divine Architect. Und irgendwann am letzten Tag bei meiner Vision Quest, bei meiner Visionssuche da im Wald, habe ich verstanden, dass ich gemeint bin. Das war sehr berührend. Und davor, vor dieser Vision Quest, was hat dich da geleitet? Ja, schon. Also das war nicht ganz fern, aber nicht so klar. Ich war Unternehmer davor, zwölf Jahre. Ich war immer Ehrenamtlicher, war als Schuldsprecher, Ministranten, Führer, Landesschuldsprecher, ÖH-Vorsitzender. War immer sehr unternehmerisch. Aber weniger so als, ich habe nicht die Fantasie, ich will viel Geld verdienen. Geld ist auch gut. Geld ist im Zweifelsfall gut. Ist schon okay. Ist ja okay, aber das war nie mein Trigger. Aber so gestalten. Also was mich fasziniert ist, wenn Menschen miteinander tun. Ich schaue ja auch gerne zu. Deswegen habe ich Politiker geliebt. Weil du sitzt im Parlament, zehn Stunden, schaust der Eva Glavischnik und dem HC Strach ins Knick. Und du kannst beobachten und spannend. Kommst in viele Wohnzimmer. Ich habe ja so diese Neos at Home Abend erfunden. Also politische Tupperware Partys. Statt Plastikgeschirr gibt es Politik. Das ist gut für junge, arme Parteien, weil die müssen selber einladen, das Bier selber zahlen. Du musst nur hinkommen quasi und dein Produkt verchecken, wenn du willst. Das war in dem Fall Politik, politische Ideen, Vorschläge für das Land, für unser Zusammenleben. Und da bin ich ganz viele Wohnzimmer gekommen. Von Feldkirchen in Kärnten bis Waldviertel, Pregns bis Burgenland. Was hat dich dazu gebracht, dass du in den Wald gehst, an der Vision Quest, da fünf Tage allein bist? Ich kenne Menschen, wenn die einen Abend im Wald zu spät heimgehen, haben sie Angst vor der Dunkelheit. Was treibt mich dazu, zu sagen, ja, ich gehe jetzt fünf Tage in den Wald? Genau die Angst. Weil ich habe, jeder hat ja vor etwas anderem Angst. Angst ist hochsubjektiv. Und ich habe immer Angst gehabt im dunklen Wald nachts alleine oder auf dem Berg alleine. Also seit ich 15, 16 bin, hat es mich immer wieder in die Berge gezogen alleine. Habe dann auch begonnen dort zu schlafen, irgendwie unter freiem Himmel oder so, aber immer scheiß Angst gehabt. Also ich kann mich erinnern, einmal mit 17 bin ich allein auf einem Hochgebirgstal über dem Klosertal, im Glongtal gelegen, in einer Hütte. Und habe mich angemacht. Da war ein Hexensabbat rund um diese Hütte. Also wie man sich das halt vorstellt, an der Tür hat es gekratzt und dann hast du noch Bilder von irgendwelchen Halbskeletten. Auf dem Dach hat es getrampelt, da waren die Hexen vor meiner Almhütte auf und ab oder Alphütte. Alm und Alp ist sehr unterschiedlich, muss man achtgeben. Alphütte ist irgendwie eine Frau mit ihrem Kopf in der Hand auf und ab gegangen. All die Alpensagen, die ich je gehört habe, haben sich rund um meine Hütte abgespielt. Unten hat es gekratzt, das waren wahrscheinlich Murmeltiere, aber du hast natürlich immer, ui, und ich habe meinen Walkman dabei gehabt und habe nur eine Kassette. Ich habe gebetet, dass die Batterie nicht ausgeht. Ich habe kalt geschwitzt, sechs Stunden lang. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kann. Warum bist du aber hingegangen? Warum bist du nicht daheim geblieben? Ja, weil mich irgendwas hingezogen hat immer. Und dann mit Ende 30 habe ich irgendwie gesagt, jetzt hat der Hund immer noch Angst. Jetzt wird er bald 40, alter Mann. Und dann hat er immer noch Angst vor dem dunklen Wald, was völlig irrational ist. Eher, da schlagt mich jemand auf der Maria-Hilfer-Straßen, als wie allein im Hochgebirgstal oder auf der Bergspitze. Aber ich will mich dieser Angst stellen. Später habe ich dann auch dazu geschrieben, auch im Piloten meines Lebens, habe ich das Thema Angst auch mit aufgearbeitet. Und Joseph Kampel, der größte Mythenforscher der Menschheit, sagt, not where you tremble, also dort, wo du stolperst, there lies your treasure. Dort, wo du stolperst, dort liegt dein Schatz. Die Chinesen sagen, der größte Drache behütet deinen größten Schatz. Das heißt, und das haben wir jetzt da im neuen Buch auch drin, dein persönlicher Angstgarten ist dein Schatzgarten. Dort, wo du die größte Angst beobachtest bei dir selbst, dort nimm die Schaufel in die Hand und grabe, dort liegt dein verdammter Schatz. Und diesen Schatz habe ich gefunden in den fünf Tagen Wiener Wald. Nämlich mein Lied des Lebens. Das ist ja ein schamanisches Ritual. Für viele, die sagen, oh, ist mir zu eh so, gibt es auch vermessen durch die Psychologie als die sogenannte Heldenreise von Paul Revillot. Amerikaner, glaube ich, mit französischem Namen. Und ein ähnliches Format. Der hat einfach Initiationsrituale verschiedener Kulturen untersucht, die quasi destilliert und daraus kam. Diese Heldenreise ist sehr ähnlich dem Standard schamanischen Ritual eben dieser Vision Quest. Die haben die indianischen Stämme früher gemacht, die First Nation, Nordamerikas, Mittelamerikas, ein bisschen auch Südamerika. Die haben gesagt, bevor sie die jungen Männer aufnehmen in den Stand der Erwachsenen, schicken wir sie raus in die Wildnis. Manche Stämme haben sie in ein Erdloch gesetzt, ins Vellig Dunkel ein paar Tage. Das finde ich nicht so prickelnd, da habe ich ausgelassen. Andere eben diese fünf Tage in die Wildnis. Heute machen das 10.000 junge Menschen in den USA. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ich kenne etliche Frauen, auch in Österreich, in Deutschland, die es gemacht haben. Du kannst das natürlich mittlerweile überall auf der Welt machen. Was hast du danach genau gewusst? Weil wenn du sprichst über dein Lied, Gärtner des Lebens, du hast vorher erzählt, da war dieser Traum, den du geschrieben hast. Ganze vier Seiten voll. Was hast du danach gewusst? Hast du danach gewusst, ich habe jetzt das zu tun? Das ist der Zufall des Lebens. Was habe ich danach gewusst? Wo war Klarheit? Das war ganz erstaunlich. Wir haben damals die Firma, die ich mitgeleitet habe, wir haben damals verhandelt mit den Leuten, ob wir unsere Firma einbringen und dort Partner werden. Das hat mich beschäftigt. Dann waren unsere drei Kinder schon da. Das hat mich auch beschäftigt. Das war vor neun Jahren. Eheleben wird mich beschäftigt haben. Das ist immer eine Aufgabe, die mich beschäftigt. Viele Lebensfragen. Und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich in den Wald und dort kläre ich einmal die Dinge. Auch die Politik hat mich schon beschäftigt. Ich habe gewusst, ich habe eine unglaubliche Angstlust vor der Politik. Ich war Politikberater. Damit habe ich mir meinen Hunger gestillt. Ich hätte irgendwie 15 Jahre davor oder 13 Jahre davor auch schon einrücken können, als Pressesprecher beim damaligen Vorarlberger Landeshauptmann gab es ein Angebot. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht abhängig sein von der Politik. Dazu habe ich zu viel gesehen jetzt. Also eine politische Organisation, jede Organisation, sage ich heute als Systemiker, aber insbesondere politische Organisationen versuchen, Deliquenz herzustellen. Abhängigkeit. Die versuchen, dich ins schlechte Gewissen, in die Schuldigkeit zu treiben, damit sie dich kontrollieren können. Damit du die Pfote dann hochhebst im Parlament, wenn der Einsatz kommt vom Klubmann, von der Parteichefin. Und dann versuchen sie, dich auch materiell abhängig zu machen. Was? Du stimmst nicht mit. Wir werden dich nie mehr aufstellen. Und das muss man nicht mal sagen, das ist ein Augenaufschlag. Ali, du weißt, was du zu tun hast. Oder du, es wird dir nicht gut gehen. Du wirst keinen Job mehr finden in diesem Land. So auf die Art. Also das hat mir nie getaugt. Da ist der Revoluzzer in mir, die hat immer gesagt, nie in dieses goldene Käfig gehen. Achtung. Deswegen wurde ich Unternehmer, aber natürlich, ich habe viel unternehmerische Energie, aber noch mehr politische. Und die hat geköchelt, geköchelt. Als Politikberater wurde es gestillt. Dann kamen drei Kinder, dann bist du beschäftigt. Und ich habe gesagt, wenn aber das letzte Kind, und nach drei Jahren waren wir so irgendwie vollständig gefühlt. Ab dem zweiten habe ich die Nächte mit bestritten, weil wir haben ja im Zwei-Jahres-Rhythmus geworfen. Und das war schon sehr dicht. Und dann habe ich gesagt, wenn das Dritte durchschläft, wenn ich eine Fantasie dazu habe, dass meine Firma ohne mich als Mitgründer gut überleben kann, was immer eine Glaubensfrage ist, nie eine Wissensfrage bei Dienstleistungsunternehmen. Und wenn die Angst kleiner ist als die Lust oder die Lust größer als die Angst, wenn die drei Bedingungen hergestellt sind, gehe ich final in die Politik. Weil dann habe ich keine Ausrede mehr, warum ich es nicht machen soll. Und das hast du gewusst vor dieser Quest? Das habe ich gewusst vor der Quest. Das Kind hat das letzte durchgeschlafen. Die Firma, habe ich das Gefühl gehabt, es wird verdammt schwierig, aber ich glaube ja. Außerdem, ich glaube, dass es nicht einfach ist in fünf Jahren und die Zumutungen gleich groß sein. Und die Angst war immer noch scheiß groß. Und die Lust war so riesig, dass sie nicht mehr größer werden konnte. Also musste die Angst kleiner werden. Also musste ich mich der Angst stillen. Und da draußen habe ich mir natürlich jede Nacht Angst gemacht. In diesem Wald alleine. Bist du narrisch? Und dann kam dieser Traum hoch. Dann kam der Traum, du hast viel Zeit zum Nachdenken. Eine Nacht durchwachst du. Am Feuer, das war natürlich verboten. Aber es hat eines gegeben. Dann in der letzten Nacht kam ein wilder Sturm. Der hat mich dann an einem anderen Platz hingespült, weil natürlich es war kalt, es war nass. Das Selbstmitleid war riesig. Und die Idee, die indianische Idee ist ja, dass du dein Lied des Lebens eben bekommst. Das hat mich fasziniert auch, das Lied des Lebens, weil ich mich mit der Starbeforschung beschäftigt habe. Kübler-Ross. Und die verwendet dieselbe Metapher. Die Begründerin der Starbeforschung. Mittlerweile auch schon verstorben. Schweizerin. Und die sagt, was sagt sie? Menschen in ihren letzten Stunden am Starbebett. Das hat mich dann auch zu dieser Sendung für ein ORF geführt letztes Jahr. Der Tod als bester Coach des Lebens. Also du siehst, wenn manche sagen, du machst so vieles, ich mache immer dasselbe. Immer meine Lebensthemen, Potenzialeinfaltung und alles drumherum. Also was beschäftigt uns am Lebensende? Habe ich genügend Liebe bekommen, genügend Liebe gegeben? Viele haben das Gefühl, in westlichen Kulturen, ich habe zu viel gearbeitet. Da bin ich jedenfalls gefährdet. Habe ich mein Lied des Lebens gesungen? Habe ich es verstanden und gesungen? Also habe ich authentisch gelebt? Oder habe ich bei wichtigen Lebensentscheidungen gesagt, ja, ich weiß, dass mir der Job zum Beispiel nicht liegt, aber schon viel Geld. Oder ich mache es für die Erwartungen meiner Mutter, meiner Frau, meiner Nachbarn. Ich mache es für einen Applaus, für schnellen Ruhm. All das, wir sind alle auf Anerkennung geschalten. Das ist unser Treibstoff, also daran ist nichts Böses. Aber es darf nicht dein Hauptträger sein. Dann ist es obsessiv. Dann wirst du abhängig. Dann bist du Junkie. Also wenn du den Maßstab nicht in dir trägst, sondern immer im Außen suchst, dann läufst du Gefahr, nicht authentisches Leben zu leben, weil du immer den Erwartungen anderer hinterher hechtest. Und die Idee, dass ich mich auf die Spuren meines eigenen Liedes mache, die hat mir taugt. Und dann war das auch sogenannte Synchronicität. Also ich wollte damals ein Buch schreiben über Wege zu mir selbst und habe Formate recherchiert. Und plötzlich war da diese Vision Quest. Ich habe sie noch nicht gekannt. Hupft mir die an. Zwei Tage später legt mir meine damalige Firmenkollegin, Unternehmenskollegin, damals durch und durch Naturwissenschaftlerin, die das als groben Umfug, zumindest ein paar Jahre davor noch betrachtet hätte, eine Broschüre auf dem Tisch, sagt, schau dir das mal an. Steht drin Vision Quest, irgendwo in Frankreich. Dann stehe ich in einer Buchhandlung bei einer Recherche, habe ein Buch in der Hand, hinten oben Vision Quest. Und immer, wenn das Leben mir mit dem Rohrstab dreimal mit dem selben Thema innerhalb weniger Tage aufs Hirn klopft, dann sage ich, okay, I got it, ich habe es verstanden. Ich bin gemeint. Ich soll nicht darüber schreiben, ich soll es machen. Ui, dann habe ich gegoogelt. Dann hupft mir an. Vision Quest in Skandinavien, Vision Quest in Alaska, Vision Quest in Fireland, Vision Quest in Uppsala. Ich habe gesagt, das geht nicht. Drei Kinder, meine Frau hat sowieso den Eindruck, ich arbeite viel zu viel, bin zu wenig da. Kann ich zehn Tage oder 15 Tage da ins Gebüsch fahren, Australien. Suche weiter, dann hupft da irgendein Stadtschamane in Herrn Nalser aus. Der Vision Quest. Ja, sehr. Und drei Tage später war er schon auf der Couch. Beim Red Fox oder wie er geheißen hat. War ein bisschen abgefahren. Seine Frau war Tantra, irgendwas. Und der Hund hat auch einen indianischen Namen gehabt. Aber ja, irgendwie spannend. Und in meinem Kalender habe ich genau fünf Tage gefunden, im Sommer, die man rausschneiden konnte. Habe ich gesagt, jetzt oder nie. Habe schnell gehandelt. Und eben sechs Wochen später, davor war ich noch der Familienurlaub, sechs Wochen später war ich im Wald. War schwierig. Weil natürlich, dass es ein mulmiges Gefühl ist. Meine Frau weiß schon, dass sie da einen Grenzgänger geheiratet hat. Und ich weiß auch selbst, dass ich ein bisschen was Exzessives auch mitunter habe. Was ich mag, was ab und zu auch eine Belastung ist. Aber du kennst es, dir muss ich es ja nicht erzählen. Und dann machst du dich da auf die Reise und du fragst dich natürlich auch, wie werde ich doch zurückkommen? Komme ich überhaupt zurück? Oder löse ich mich auf in Sternenstaub? Oder habe ich nachher das Bedürfnis, auf einem Stein in Nepal zu sitzen für ein halbes Jahr? Oder ich habe schon Angst gehabt. Und irgendwo die Fantasie für diese allkonkreten Fragen, Firma, Familie und so weiter. Ja, also die Angst hat mich begleitet und diese Fragen wurden nicht beantwortet. All diese konkreten Fragen. Sondern ich bekam im letzten Absprung, also ich habe am Schluss, habe ich zusammengepackt, dann habe ich gedacht, ein Lied habe ich jetzt keines gekriegt. Zwei Füchse getroffen und es war ja der Stadtwald. Ich habe da lauter abgefahrene Situationen gehabt. Da kommen ja ab und zu seltsame Typen vorbei auf die Entfernung und die streifen dann oberhalb von dir vorbei und du liegst da im Wald und du siehst, da liegt einer im Wald einfach so. Auch ein bisschen seltsam. Und da hast du natürlich die Fantasie, du, die kommen mit der großen Axt wieder in der Heidnacht wahrscheinlich. Dann hat irgendwann einmal eine gesungen. Ich dachte, okay, eine Elfe oder was ist jetzt das? Hinter mir oben war die Himmelswiese, die hat ja was. Da ist halt auch dieser keltische Steinkreis mittlerweile, der Baumkreis. Also ein Kraftplatz, der hat hinuntergewabert. Dort warst du fünf Tage? Ja, ja. Dort hat keiner die Polizei gerufen und gesagt, da ist ein Nackerte im Wald oder so. Aber einmal, gell, bin ich aufgewacht, untertags und vor und hinter mir steht einer mit einer Bierdosen, mit einem Rucksack. Das ist offensichtlich ausländische Herkunft. Und ich wache gerade auf und ich war überhaupt nicht gewusst, wie lange die schon dastehen. Ich habe mir gedacht, so, jetzt werde ich in der Mitte auseinander montiert und in zwei Rucksäcke versenkt. Ich glaube, die haben mich nur bestaunt, ob ich schon dem Irdischen enthoben bin oder noch lebe, keine Ahnung. Die sind weitergezogen. Das waren, glaube ich, Pilzsammler. Und die Frage ist, welche Pilze. Ja, genau. Du hast vorher gesagt, dort, wo der Drache ist, der ist quasi dort, weil er den Schatz beschützt. Ja. Das heißt quasi, hinter deiner Angst ist die größte Chance, würde man wahrscheinlich sagen. Wovor hast du heute Angst? Ja, immer noch ein bisschen im dunklen Wald, aber nicht mehr so viel. Also es ist nicht völlig verschwunden. Ich habe mich auch versöhnt damit. Also man muss Angst nicht völlig aus seinem Leben verbannen. Das wäre auch grotesk. Ich schildere in einem Buch auch, dass ich oft, oft nicht, aber in der Politik immer wieder gefragt wurde, wovor hast du Angst? Das werden Politiker öfter gefragt. Und da gibt es eine Standard-Politiker-Antwort, die lautet, ich habe für gar nichts Angst. Staatstragen. Das ist die Suchspannung der Bürger. Die wollen natürlich, sag mal dem Sebastian Kurz, vor was hast du Angst? Wahrscheinlich wird er auch sagen, look at me. Schau ja aus, als wäre einer, der Angst hat. Aber leben wir nicht in der Welt, wo man zumindest jetzt versucht, eine Antwort drauf zu geben, weil man mittlerweile schon ein bisschen mehr dieses Akzeptanzmodell hat von, ich darf zugeben, wenn ich mal emotional überreagiert habe. Ich darf zugeben, wenn ich mir Sorgen mache. Aber nicht in der Politik. Frag den Donald Trump, wovor er Angst hat. Ja gut, das ist ein ganz spezieller Fall. Frag den Putin, wovor er Angst hat. Aber das sind archetypisch Politiker. Aber du jetzt, du wirst nicht nur Politiker. Ja, also ich habe immer noch im Dunklen natürlich Angst und ich verstehe, dass Politiker mit dieser Schablone arbeiten, weil sie natürlich auch Angst haben, diese Angst offen zu legen, weil sie wissen, der politische Mitbewerber, Vulgo Gegner, der nutzt diese Angst, um dich einzuschüchtern. Insofern bin ich auch vorsichtig, als eine Person des öffentlichen Lebens, alles offen zu legen. Ich bin eh so offenherzig. Schimpfen eh alle mit mir. Bist du quasi emotional inkontinent oder musst du immer alles öffentlich? Nein, nicht alles. Und das kommt ja dann auch zurück. Also ich erzähle es auch in diesem Buch. Ich habe sehr gekämpft, die ersten zwei Corona-Wochen. Ich war sehr viel in der Öffentlichkeit, auf Social Media und dann gab es Anfragen, ORF und Puls4 und Savos TV und Gastkommentare. Ich habe das gemacht und habe gemerkt, ich komme ins Kämpfen. Das ist ein Echo auf alte Zeiten. Ich will nicht mehr kämpfen, nicht in dieser Lebensphase. Ich will einfließen mit dem, was ich bin, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich kann, weil immer, wenn ich kämpfe, laufe ich auch Gefahr, die Verbindung mit mir selbst zu verlieren, einerseits. Welchen Kampf hast du geführt? Naja, schon als Parteigründer war ich schon in einer Kampfmetapher gegen das rot-schwarze System und gegen... Aber jetzt? Naja, da habe ich einfach vermisst, dass es kritische Stimmen gibt. Mir ist so viel aufgefallen jeden Tag. Habe ich gesagt, warum macht die Regierung keine Vergleichsstudien? Wir müssen doch eine Messung machen, wie weit die Durchseuchung ist und so weiter. Dinge, die dann drei, vier Wochen später eh passiert sind. Aber jeden Tag habe ich gesehen, da läuft es nicht gut genug nach meiner Auffassung und da geht es ja um Menschenleben, da muss ich meinen Beitrag leisten und keiner sagt was und die entsorgen teilweise die Demokratie. Und keiner fällt es auf und der Orban rammt die Demokratie ein Stück weit weg. Der Bibi Netanyahu, ein anderes Vorbild von unserem Obersten, der hat irgendwie zwei Tage, bevor er selbst seinen Fall zu verhandeln gehabt hätte, im Gerichtssaal, hat er die Gerichte geschlossen zur Sicherheit. Also das sind alles ein bisschen seltsame Zufälle. Dazu habe ich zu viel gesehen, als dass ich hier an Zufälle glaube, sondern die markieren hier natürlich den starken Mann, weil die Gunst der Stunde es ihnen das ermöglicht. Und deswegen habe ich gesagt, na, da muss man auch aufzeigen und so weiter. Und dann sind die kritischen Stimmen wieder aufgestanden, auch die Opposition war wieder da und dann war ich befreit. Also ich habe quasi kompensatorisch Politiker gespielt, aber ich sollte nicht Politiker spielen, ich bin keiner mehr. Und dann habe ich gesagt, na, ich will aber einen Beitrag leisten für das große Ganze. Ich bin heute Autor, Publizist, Unternehmer. Ich leiste den Beitrag mit Story One. Wir haben auch den Hashtag Korkuning ausgerufen. Haben über tausend Menschen jetzt geschrieben Geschichten über den Corona-Alltag. Das taugt mir, das ist virtuelles Lagerfeuer, das verbindet die Menschen, das macht sie froh. Das gibt Anregung, Input, Inspiration. Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt ein Buch an, das ist etwas, wo ich auch Inspiration stiften kann. Inspiriert nicht alle, ist mir auch klar, manche sagen, das ist so notwendig wie ein drittes Knie, aber es gibt auch viele, die mir dann schreiben und sagen, wow, hat mir geholfen und das freut mein Herz. Mir selber hat es auch geholfen. Buchschreiben ist für mich immer sehr sortierend. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. All das, was du tust, dieses, ich nenne es mal, also wirklich etwas für die Gesellschaft zu machen, das sind alles gesellschaftliche Auswirkungen, das Politische, das Buch, wie sehr tust du es für dich und wie sehr für die Empfänger? Das kann ich gar nicht auseinander dividieren, weil... Sagst du jetzt, ich bin so selbst Opfer und ich mache es jetzt nur für die anderen oder sagst du, ich will gesehen werden? Ich will gesehen werden, wird auch ein Aspekt sein. Wichtiger ist man, ich verstehe mich als Impact Entrepreneur. Mir geht es um Wirksamkeit. Und ich glaube schon, dass es in meinem Leben dann auch eine Phase geben wird, wo ich auch dieses wirksam sein wollen ablege. Aber ich glaube auch, dass das eben die letzte Etappe ist, wo ich mich vorbereite auf meinen Abschied von dieser Welt. In dieser Etappe bin ich noch nicht. Meinst du von der Welt? Bevor ich sterbe, ganz einfach. So ich das auch bewusst vollziehen kann. Kann dich ja auch vom Rad werfen oder irgendwie sonst was. Schüttel dich aus dem Sattel des Lebens. Aber in dieser Phase jetzt ist Selbstwirksamkeit mir wichtig und auch mein Verständnis meiner Berufung als Gärtner des Lebens, als Divine Architekt. Was macht ein Gärtner des Lebens? Er kultiviert soziale Felder. Das will ich machen als Vater, Autor, Parteigründer, whatever. TV-Schaffender, ein Divine Architekt, habe ich mir auch gefragt, was macht jetzt der? Meine Antwort ist, er co-kreiert Gefäße für das Gute, Wahre und Schöne. Das habe ich mir gar nicht sagen traut bis vor einem halben Jahr. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal öffentlich. Ich habe das gespürt über all die Jahre in der Politik, durfte es aber nicht laut sagen, weil ich eh schon da bei mir umarmer war und eh schon unter ESO-Verdacht oder was weiß ich was. Heute weiß ich, dass das mein Auftrag ist. Und wenn ich dann auf dem Sterbebett liege, sei es in fünf Jahren, sei es in vierzig Jahren und sage, ich habe es gewusst, dass ich das tun möge, ich habe es aber nicht gemacht, weil andere es belächelt hätten oder andere es für ESO oder sonst irgendwas gehalten hätten, dann ist es ein bitteres Lebensresümee. Das will ich nicht. Wenn ich aber weiß, dass diese Fragen kommen am Sterbebett und hast ein authentisches Leben gelebt, dann bin ich der Meinung, dann sollten wir diese Frage vorziehen, weil es ist ziemlich beschissen, auf dem Sterbebett zu sitzen und zu sagen, nein, eigentlich habe ich es vergeigt. Das will ich nicht. Und deswegen diese Fragen vorziehen, deswegen bin ich mit diesem Sarg durch Österreich gefahren für den ORF und mit den Grabsteinen und habe die Leute Probe liegen lassen und ihren Grabstein beschriften lassen, um genau diese Konfrontation mit mir selbst und mit dem Leben und mit dem Tod und unserer Vergänglichkeit vorzuziehen. Ich glaube, es gibt eben keinen größeren Coach des Lebens als den Tod, weil nichts sortiert deine Prioritäten so klar wie die ultimative Erkenntnis deiner Vergänglichkeit. Als Corona um die Ecke gekommen ist, hat man ja gespürt, was es bedeutet, wenn Menschen plötzlich Bilder im Fernsehen sehen, wie Menschen in Italien sterben, man sieht, wie die Kurve in Österreich nach oben geht und man sich plötzlich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Und ich habe vorher immer gespürt, wenn du mit Menschen über den Tod sprichst, sagen sie, ja, ja, na klar, das ist wichtig. Und ich habe auch das Buch gelesen, fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und dann plötzlich war der Tod da. Der war bei uns im Wohnzimmer. Der konnte auf einem Tisch sein, wo man draufgreift. Der konnte im nächsten Husten drin sein. Glaubst du, brauchen wir immer wieder dieses Bild vom Tod, der neben uns steht und sagt, hallo, ich bin auch noch da, um große Sprünge im Leben zu machen? Ja, glaube ich schon. Weil das ist Conditio Humana, das ist menschliche Grundbedingung. Wenn wir vergessen, dass wir also ich mache einen Schritt zurück. Ich bin davon überzeugt, wir Menschen sind außerzeitliche Wesen. Allerdings für den Aufenthalt auf diesem Planeten schlüpfen wir in einen Körper. Das ist der Punkt, wo wir von der Außerzeitlichkeit in Raum und Zeit übertreten. Damit in Vergänglichkeit und Endlichkeit. Da setzen unsere Sinne ein, die fünf Sinne und unser Hirn, die vernebeln unseren Blick in die Unendlichkeit. Das vergessen wir quasi mit unserer Geburt. Man kann es durch gewisse Rituale, kann man ab und zu durchs Schlüsselloch der Ewigkeit schauen. Das schafft der Mensch. Und manche erleuchtete, ich gehöre nicht dazu, schaffen es vielleicht länger. Manche mit Pilzen. Davor würde ich warnen. Also ich glaube nicht, dass die Drogen der richtige Schlüssel sind, um in die Unendlichkeit zu schauen, weil es eher ein Starren ist, ein unkontrolliertes. Ich glaube, dass es andere Möglichkeiten gibt, wer sich wirklich dafür interessiert, um diesen Blick zu erhaschen. Und es ist natürlich ein zutiefst existenzieller Blick, wenn du einmal durchs Schlüsselloch schaust der Ewigkeit. Und viele von uns kennen sowas, sei es am Meer als ein Wimpernschlag der Zeitgeschichte oder als bei der Geburt des Kindes. Also wir kennen diese Glücksmomente, wo wir aus der Zeit kippen. Das wäre so ein Schlüssellochblick in die Ewigkeit. Und Conditio Humana ist, dass wir eben in die Endlichkeit geboren sind. Ich glaube, das haben wir uns auch so ausgesucht, als wir gesagt haben, wir gehen in, wir machen jetzt auf Erdling und Fleischling. Und ich glaube, dass wir gewissermaßen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochen, aber damit einen gewissen Auftrag auch verbinden, den wir uns vornehmen. Ich wollte mich gerade fragen, warum sind wir da? Und nochmal fertig beantworte die vorige Frage, wenn wir unsere Endlichkeit vergessen und natürlich sind wir die Generation, die so viel Materiellen wusste wie keine zuvor in der Geschichte unserer Spezies. Und Materie, skurrilerweise, gerade Materie, die in Raum und Zeit gebettet ist, hat die Eigenschaft, dass sie uns den Blick auf unsere Endlichkeit verstellt. Wir halten uns für unsterblich, also gerade auch so diese Testosteron-Energie, von der die Welt voll ist und wir zwei können das ja auch ganz gut. Testosteron ist so eine Energie von ich bin quasi unsterblich. Die nimmt ab bei mir, merke ich. Ich habe immer noch genug davon, aber wozu sind wir auf der Welt? Ich glaube, jeder für was anderes, aber grundsätzlich ist der Sinn des Lebens das Leben. Die Lebendigkeit. Wenn ich ein Kind im Alter von sieben Jahren frage, warum bin ich hier? Das sage ich auch meinen Kindern so, weil du das entschieden hast. Du hast dich auf den Weg gemacht hierher und wir freuen uns, dass du hier bist bist und du bist ein Wunder des Lebens und der Lebendigkeit und was durch dich und mit dir in die Entfaltung kommen wird und will, das weiß ich noch nicht, aber ich stehe jetzt auch nicht in der Haltung da, was wird aus dir? Das interessiert mich natürlich auch, aber so Zehnjährige noch gar nicht eigentlich, die leben quasi im Hier und Jetzt, sondern du bist ja schon wer, du musst nicht erst wer werden, du bist vor allem das pralle Leben und zwar in einer unbefangenen Prallheit, dass ich verneider blasse als 46-Jähriger und der Rest wird sich zeigen. Blühe, du pralles Leben, du bist ja, du bist ja gerade eine aufblühende Blüte, das ist wie eben der Kirschbaum. Wir haben ja hier einmal eine Veranstaltung gemeinsam gemacht, am 1. Mai 2018. Sechs Tage bevor du zurückgetreten bist. Bevor ich die PK hatte, ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe damals hier gesagt im Nachbarraum, also blühe wie die Kirschbärme im Frühling. Das fasziniert mich immer vor einem Kirschbärm im Frühling zu stehen, wie das Leben mit Potenzial wuchert. Das sind zehntausende Blüten an einem Baum und du stehst vor jeder und sagst, boah, du bist potenziell eine Frucht, aber vor allem feierst du als Blüte das Leben. Aber du darfst nicht vor einem Siebenjährigen stehen und sagen, was wird das dir? Das ist das Zwänglerische. Jetzt fahren wir chinesisch Unterricht nach einem Klavier und nach einem Bodenturnen. Ja, die sollen Bodenturnen, wenn es Spaß macht und familiär aus Chinesen. Ist mir egal, aber du kannst nicht vor dem Kirschbaum stehen oder du sollst nicht vor dem Kirschbaum vor einer Blüte stehen und sagen, was wird das dir? Wird das dir eine Kirsche? Nein, du sollst dich darum kümmern als Gärtner des Lebens, dass der Kirschbaum blüht. Je hemmungslos er blüht, umso größer das Potenzial für reiche Ernte im Sommer. Mir fällt auf, dass die Dinge, über die du sprichst, dass du es verkörperst, das bist du. Also wenn du quasi wie ein Fisch sein Wasser gefunden hast, dann schwimmst du. Dann ist dir scheißegal, wie die Strömung ist. Du bist dann drin. Du bist dann in dieser Welle drin. Ich erinnere mich noch, wir haben dich mal für Watcher 2 interviewt. Wir haben dich zweimal interviewt. Zweimal gleich. Das war einmal vor deiner Politikerkarriere, da warst du noch Unternehmensberater und hast am Ende zu unserem Team so nebenbei gesagt, da kommt noch was Großes an dem Arbeitlichkeit, ich kann auch nichts dazu sagen. Ja, ja, das haben wir alles noch im Video irgendwo. Weiß ich gar nicht. Dann hast du mit den Neos diesen unfassbaren Sprung geschafft, quasi gleich bei dem ersten Antritt und dann haben wir dich nochmal interviewt und du hast in einem Interview mal was gesagt. Du hast gesagt, wenn du so ein ganzes angeht im Parlament bist und du kommst dann nach Haus, du fühlst dich so abgegriffen, du musst richtig duschen gehen. Du hast dann das Gefühl, es klebt alles an dir und es muss runter. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden, aber dann habe ich dich kennengelernt und erlebt und du bist ein sehr intensiver Mensch und das bin ich auch. Und es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die ihr Leben so leben und viele haben aber einen Job, wo sie um 17 Uhr nach Hause gehen und sagen, so, das war's. Jetzt schau ich mal das Dschungelcamp an. Als Politiker geht das nicht. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Vor allem, wenn man quasi Nummer 1 ist in der Partei. Was hast du gemacht, um dich wirklich nicht zu verlieren da drin? Ich habe ja schlussendlich übergeben. Also ich glaube, ich hätte mich gestern ein Interview gemacht mit News zum neuen Buch mit derselben Journalistin, wie ich sie auch als Partnerin hatte zu politischen Zeiten. Das war sehr spannend für uns beide, weil das ein bisschen ein Déjà-vu war oder eine Wiederbegegnung. Und wir haben natürlich auch über diesen Abschied noch einmal philosophiert, kommt nicht im Interview nämlich an, aber halt aus persönlichem Interesse. Ich glaube schon, dass ich die Masel gehabt, also das Glück gehabt habe und die Kraft auch gehabt habe und auch den Mut und die Entschlossenheit den Zeitpunkt zu erkennen, wo ich in eine ungesunde Dynamik gekommen wäre. Also diese sieben Jahre waren großartig. Ich liebe Politik, ich liebe sie noch heute, aber manche Lieben dürfen auch immer wieder mal ruhen, sonst verbrennen sie dich. Und ich habe einfach gespürt, es ist in der Familie die Energie ausgefahren, die würde ab jetzt Schaden nehmen. Es ist in der Ehe die Energie, die wir brauchen, auch gemeinsam verwenden für diese politische Aufgabe, die einfach 24-7 ist, 365 Tage im Jahr, auch wenn ab und zu mal das Handy ausschaltest, das wäre mir schon auch wichtig, aber du bist immer Politiker und auch wenn du in Venedig stehst und da machen halt irgendwelche Leute von dir Fotos oder von deinen Kindern, das hat meine Frau gehasst. Und das auch zu erkennen, es würde meine Ehe, unser Ehe schaden über die Familie und auch ich dann körperlich. Ich bin auch jetzt eineinhalb Jahre, mehr als eineinhalb Jahre danach, nach dem Austritt aus dem Parlament, das war ja dann Ende September, immer noch in der körperlichen Aussöhnung. Also es abern jeden Monat immer noch weitere Schichten heraus, wo ich über die Grenze gegangen bin körperlich. Das habe ich natürlich nicht gespürt, weil du so unter Strom bist. Ja, also der Abschied war ganz wichtig und davor die sieben Jahre war es halt wichtig, was ich einmal bin nie Fasten gegangen zwei-, dreimal eine Woche oder in den Wald alleine oder natürlich die Familie als Gegenwelt, die war mir immer wichtig. Das ist mein Anker auch. Wenn du nach Hause kommst am Handy und das fünfjährige Mädel hat das Knie aufgeschlagen, dann ist der das völlig plunzen, ob du gerade mit dem Kanzler telefonierst oder mit dem Bundespräsidenten also kleine Wunde am kleinen Finger schlägt Bundespräsident. Das ist deren Welt, die ist unverhandelbar. Die kommt, die läuft auf dich zu und sagt, Papa, schau, schau, schau und du kannst sagen, Kusch, geht nicht. Und diese Gegenwelt war aber wichtig, weil die Politik ist eine extrem penetrante Branche und übergriffige Branche, die fließt in die letzte Ritze deines Lebens einerseits und andererseits hält sie sich auch vielleicht zu oft für den Nabel der Welt. Alles andere ist unwichtig. Das heißt, diese Überschätzung der eigenen Relemmungen, you are so relevant, also die Wende politischer Institutionen flüstern dir permanent ins Ohr, you are so relevant. Das tut deinem Ego natürlich sehr gut, aber irgendwie muss da auch klar sein, dass du hier eine Funktion bekleidest. Not you are so relevant. Deine Funktion ist relevant. Das finde ich schon. Also das ist eine Gemeinschaft von fast neun Millionen Menschen und da sind irgendwie 183 Menschen gewählt, um sich da drinnen stellvertretend für die neun Millionen auszumachen, wie leben wir miteinander. Das ist schon eine relevante Rolle. Das sehe ich schon, auch wenn es manche Abgeordneten dann gar nicht mehr so erfahren. So der klassische JVPler, der sagt, mein Lebenstraum ist, ich werde Abgeordneter und dann werden sie Abgeordneter, werden jetzt erstmal Hinterbänkler, müssen Wurstsemerl holen und dann kriegen sie die Depression, weil sie sagen, mein Lebenstraum ist jetzt erreicht und eigentlich ist er Arsch. Ich bin hier nicht relevant, ich bin hier, ich muss heben, wenn der Chef mir sagt, heben, Goschen halten, wenn die sagen, Goschen halten und selber denken, ist auch nicht so gefragt. Also das ist hochambivalent, Politik. Lange Antworten müssen wir kürzer machen. Nein, nein, das passt nicht, weil das führt mich genau zu dem, auf was ich jetzt gerade gewartet habe. Glaubst du, dass wir uns viel zu sehr auf Ziele fokussieren, aber nicht auf den Prozess? Was du mir gerade beschrieben hast, dieses Bild, ich will Abgeordneter sein, dauert es bis dahin Jahre. Das ist ein Prozess des Wachstums, des Lernens, des Beobachtens und ich habe manchmal das Gefühl, wir rasen so auf ein Ziel zu, aber wir sehen vielleicht nicht den Wald der bei uns vorbeizieht. Wir sehen nicht die anderen Passagiere. Wir merken nicht, dass sich die Straße teilt und wieder zurückführt auf unseren Pfad und ich erlebe oft, dass die Menschen ihre Ziele erreichen, aber das Glück, das sie erleben, ist ein ganz kurzer Augenblick, weil sie den Prozess nicht wertschätzen. Glaubst du, dass wir das in der Welt irgendwie übersehen haben, die Prozesse des Wachstums zu übersehen und uns ständig auf das nächste geile Ziel konzentrieren? Glaube ich schon, ja, da haben wir was Obsessives. Das hat ein bisschen mit der, auch mit, mit der Ökonomisierung unserer Welt zu tun, die stattgefunden hat all die letzten Jahrzehnte, das hat mit dem Materialismus zu tun, mit dem Individualismus, den ich ein und für sich mag, aber jeder Ismus hat natürlich auch die Abrisskante in die Obsession, ins Zwenglerische und ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt mit dieser Corona-Kiste, natürlich ist es brutal, was da über uns hereinbricht, andererseits, mein Leben war davor zu schnell, zu voll, schon wieder, nachdem ich gerade aus einem anderen Zug ausgestiegen bin, hat der nächste schon wieder nach zwei Jahren so viel Tempo aufgenommen und ich habe ihn getrieben, dass das für mich ein eigentlich willkommener Einschnitt war, wobei, ich will ja nicht zynisch werden, weil ich weiß, dass es ganz vielen viel Leid abbringt und auch mir viel Sorgen beschert, ich meine, Keynote-Speaker ist ein Drei-Worte-Witz, also das gibt es nicht mehr, also meine Haupteinkunftsquellen sind mausetot, aber du bist ja auch so einer, wir sind ein bisschen nicht Tausendfüßler, aber ein bisschen ein Hundertfüßler und wenn es uns zehn Beine wegschleift, dann gehen wir auf den anderen und entwickeln dort Muskeln. Wie geht es dir? Also was glaubst du auf deine Frage hin? Glaubst du, wir sind zu zielfixiert und schon? Also was ich erlebe ist, dass wir, ich glaube, dass sich auf Ziele zu fokussieren manchmal sehr wichtig sind. Also das ist wichtig, um sich irgendwo rauszuziehen, dass du ihnen ein Ziel brauchst, wo du sagst, jetzt gerade geht es mir nicht gut, ich muss jetzt durch, ich fokussiere mich auf das Ding dort, weil dann halte ich das jetzt alles aus. Aber wenn du das normalerweise nicht hast in einer Wohlstandsgesellschaft, wo du seit 70 Jahren Frieden hast, wo es uns einfach gut geht, wo uns die, glaube ich, halbe Welt beneidet um unseren Lebensstandard, um unsere Qualität, wo wir uns alle wünschen, mehr Zeit. Und mehr Zeit ist ja nichts anderes als ich genieße den Prozess. Zeit ist ja kein Ziel. Also mehr Zeit, ich hatte noch niemanden gehört, der zu mir sagt, ich hätte jeden Tag am liebsten 34 Minuten mehr Zeit. Sondern es ist ein Gefühl, es ist eine Sehnsucht. Ja, okay. Und jetzt ist sie plötzlich da durch Corona und ich merke aber, dass die Menschen ein schlechtes Gewissen haben, das zuzugeben. Es gibt viele, die es hart treffen und es gibt viele, wo man jetzt schon weiß, die wird es in sechs Monaten hart treffen. Aber wir sind jetzt gerade da. Und ich erlebe, dass es Leute gibt, denen es jetzt gerade gut geht. Denen fehlt es dann nicht jetzt gerade, obwohl sie ihre Jobs verloren haben. Aber die wissen, für sechs Monate habe ich geklärt. Also jetzt geht es mir gut. Und sie haben trotzdem dieses schlechte Gewissen, weil sie nie gelernt haben, diesen Prozess wertzuschätzen. Was das mit uns macht? Wer bin ich eigentlich, wenn ich da draußen nicht mehr meine Arbeit habe? Zum Beispiel. Und was ich gerne von dir wissen will, ist, du hast in vielen Interviews oft erzählt, dass als du als Politiker aufgehört hast, einer der Hauptgründe eben auch deine Familie war. Auch deine Ehe. Das hast du erzählt. Und da bin ich dir sehr dankbar, weil du sehr offen darüber gesprochen hast. Du hast eben gesagt, lange wäre das wahrscheinlich für die Ehe jetzt nicht gesund gewesen. Wenn jetzt deine Ehe nicht wäre, und deine Frau gesagt hätte, super Matthias, mach, go for it. Die Kinder hätten gesagt, Papa, super. Hättest du einfach weitergemacht? Hättest du diesen Schnellzug weiterbeschleunigt? Ja. Wie wichtig ist unser Umfeld? Total wichtig. Das ist ja Teil meines Lebens. Also so eine Ehe zu führen ist ja eine Challenge, finde ich. Ich war ja auf deiner Hochzeit. Ich weiß. Später Gast. Danke für die Gläser. Danke für die Gläser. Das war super. War eine schöne Hochzeitnacht, die ihr hattet. Also die danach kenne ich nicht, aber ich bin erst... Das war ein schöner Abend und da sind wir draußen am Balkon gestanden. Ich bin erst am 11. aufgeregt, aber das war schon Nacht. Und mit Blick über Wien, das war sehr schön. Also es wird mir ewig in Erinnerung sein und dann möge dieser Glanz ewig über Ehe oder Ehe auch Strahlen. Ich meine, das ist natürlich auch oft Momente, wo es einfach ein bisschen Arsch ist. So eine Ehe oder wo du denkst, boah, ich drück's nicht durch. Keine Ahnung. Und zwar in beide Richtungen. Du bist ja eine Zumutung für den anderen und es braucht eben Mut, Zumutung im besten Sinne des Wortes, um das auch nehmen zu können, um aushalten zu können. Ich glaube gleichzeitig, dass dieses Mysterium mit einem Menschen durch dick und dünn durchs Leben zu gehen, eben eines der größten Abenteuer ist, die man hier auf diesem Planeten als diese Wesenheit, die wir sind, erleben kann. Und das will ich nicht auslassen. Und jetzt muss ich nicht einen Ehrerschein haben dafür. Aber ja, ist auch ein Signal und ein Symbol. Und deswegen ist mir das verdammt wichtig. Es ist da, also da kann ich mich auch wieder aufs Sterbebett setzen und sagen, okay, du hast für die Politik damals deine Ehe aufgegeben. War das richtig? Das kann ich sofort antizipieren, dass ich auf dem Sterbebett sagen würde, nein, wäre in dieser Form nicht richtig gewesen damals. Und ja, ich glaube, wir wären nicht mehr verheiratet. Sagen jetzt zwei Jahre später. Das hätte uns aus der Kurve gehoben. Einfach weil sich spannungsmäßig nicht mehr ausgegangen wäre. Weil ich vor allem für das Familiensystem mehr Energie auch durch Präsenz einbringen musste. Ich habe vorher nichts versäumt. Das ist nicht so, dass ich, hast deine Kinder nie gesehen? Nein, ich habe das Gefühl, ich war ausreichend präsent und auch vorzuleben, dass man eben sich einer Berufung widmet. Mit allem, was du bist. Das ist etwas vom Größten, was du den Kindern vorleben kannst. Und meine Frau hat das auch immer, also ihre Skepsis gegenüber der Politik, hat sie den Kindern nie mitgegeben. Die hat sie immer geschützt. Es war eine unglaubliche Leistung von ihr, dass sie das nur zwischen uns lassen hat. Und aber ja, ich glaube, wir sind der aufgeschlossene Menschen, wenn unsere Partner, Partnerinnen das Gefühl haben, auch für mich ist Zeit, dass ich mich mehr anderen Dingen widme. Das heißt aber auch, dass du mehr einrücken musst zeitmäßig in die Familie. Dann kann und darf und will ich das nicht ignorieren. Wir sind hier auf Augenhöhe. Die Sache, die mich ja noch interessiert ist, brauchen wir ein Gegenüber und Menschen um uns herum, damit wir uns entwickeln können. Ja, absolut. Ich glaube, der Mensch lernt vor allem in Begegnung mit anderen Menschen und mit anderem Leben. Lernen ist Begegnung. Deswegen ist ja auch diese Schulschließung so fragwürdig, weil die Begegnung natürlich ungeübt ist und schwierig auch, rein virtuell. Das erleben wir ja mit drei Kindern und das funktioniert, aber ein bisschen hatschert. Aber wenn ich natürlich feststelle, dass zwischen 15. März und 7. September unsere Kinder nur 14 Tage in der Schule sein werden, dann geht es mir weniger um die Stoffvermittlung. Es geht um die Begegnung, die hier extrem leidet, von der ich weiß, dass sie der Dünger für Entwicklung ist, für Entfaltung ist. Und das müssen wir auch bei der Gesamtbetrachtung in Rechnung stellen. Wir haben eine extrem einseitige Betrachtung von Corona im Moment. Ich glaube, wir haben viel richtig gemacht und zum Glück viele Leben gerettet. Aber wir sind an einem Punkt, wo im Moment 48 Fälle oder sowas waren es zuletzt, die nahe dazu kommen pro Tag. Naja, wir nehmen 48 Tote jeden Tag in Kauf durch Dinge. Also das heißt, da müssen wir das Rauchen komplett verbieten. Bin ich nicht dafür. Also wir haben durch Alkohol, durch Rauchen haben wir jeweils um die 15.000, 16.000 Tote pro Jahr. Wir müssen den Verkehr komplett verbieten, weil wir wissen, dass Autofahren tötet. Wir wissen es. Wir gehen nur davon aus, dass nicht du und ich dabei sind. Also wir müssen hier in eine offene Diskussion kommen zu Corona. In Deutschland hat sich der Schäuble ein bisschen angeschoben. In Österreich ist es noch völlig unsagbar. Was sind wir bereit in Kauf zu nehmen? In allen anderen Bereichen sind wir es ja auch bereit und haben wir quasi das ausverhandelt gesellschaftlich. So haben wir die 30-Gationen quer durch Wien eingeführt, hält sich dann fast niemand dran. Ich muss mich dann auch immer wieder ärgern. Genauso wie beim Lufthunderter. Aber ich halte mich dann dran, ist in Ordnung. Aber das sind diese Aushandlungsprozesse und da müssen wir auch reifer werden und offener und klarer bei Corona. Wir tun uns total schwer mit dem Thema. Ist Corona erst erledigt, wenn keine Ansteckung mehr da ist? Ja, aber dann werden wir Dutzende, wenn nicht Hunderte Selbstmorde dafür in Kauf genommen haben, die Zeitverzöger kommen. Dann werden wir Hunderte, Tausende Tote durch andere Krankheiten in Kauf genommen haben, die eben nicht in den Fokus kamen. Ja, aber führt jetzt sehr weit. Aber ich merke, dass diese Art von Diskussion fehlt in Österreich. Was wir aktuell bei Corona erleben, ist das Thema der Selbstwirksamkeit, aber auch der Selbstführung, aber auch das Thema, wie gestalte ich meinen Tag überhaupt, jetzt plötzlich im Fokus ist. wo man plötzlich noch merkt, wie schwer das eigentlich ist, den Tag auch zu planen und dein Buch, das jetzt erscheint und noch während Corona geschrieben worden ist, wahrscheinlich ist das eine Fügung des Schicksals oder wie auch immer du möchtest, da geht es um das Thema Kraft und Inspiration für diese Zeit. Wenn man dein folgendes Buch auch kennt, da geht es um das Thema der Potentialentfaltung. Hier sind Inspirationen drin, das sind glaube ich auch so Kurzgeschichten, die einfach eine Art, so ein kleiner Impuls einfach sind, Dinge neu zu sehen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich sehe hier gerade ein Kapitel Ich will eine Glücksministerin, aber da bin ich schon gespannt. Das Thema der Potentialentfaltung ist ein extrem wichtiges Thema und das ist etwas, was sich auch antreibt. Jetzt aber meine Frage folgende. Wo bei diesem Prozess dieser Selbstentfaltung, dieser Potentialentfaltung hört der reine Fokus auf das Individuum auf und beginnt der gesellschaftliche Aspekt? Weil man könnte es sehr leicht sagen, das ist ja ein hoch ego-getriebenes Thema Ich, Ich, Ich. Ich muss mich entfalten. Passt aber nicht zu einer Welt, wo wir sagen, hey, wir brauchen da ein bisschen Solidarität, wenn plötzlich Corona um die Ecke kommt. Wo trifft sich dieses Ich, Ich, Ich und die Gesellschaft beim Thema der Potentialentfaltung? Das sehe ich anders, weil die wahrhaftige Entfaltung nie ein Ego-Trip ist. Die wahrhaftige Entfaltung, Karriere kann ein Ego-Trip sein, aber Karriere ist nicht gleich Entfaltung. Entfaltung kann Karriere bedeuten, aber nicht jede Karriere ist eine Entfaltung. Ein Kapitel drin ist zum Beispiel Gönne dich dir selbst. Das ist das letzte Kapitel. Das ist das letzte Kapitel. Das ist der Aufruf, gerade in Zeiten der groben Verwerfungen, sich um sich selbst zu kümmern. Wer sich gut um sich selbst kümmert, kümmert sich damit gleichzeitig um die ganze Welt. Das ist für mich völlig außer Streit. Umgekehrt, wer sich nicht um sich selbst kümmert, der wird keinem anderen was Gutes bedeuten können, weil er entgleist als Mensch. Wir sind ja ein wundersames Ding. Wir sind ein, als Systemiker sage ich, ein sozialbiologisches System, so würde man es wissenschaftlich betrachten, als Systemiker sagen. Dieses System muss auch geführt werden. Ansonsten beginnt es sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, natürlich. Und es ist auch krisenanfällig, dieses System. Also wer sich nicht um sich selbst kümmert, wird seine gesundheitliche Integrität und seine mentale Integrität verlieren. Sprich, der wird krank oder gleitet ab in Süchte oder was auch immer. Ja, aber dies sind auch Menschen, die dann natürlich keinen Beitrag für das große Ganze mehr leisten können. Das ist auch klar. Deswegen ist die Pflicht zur Selbstfürsorge groß und wir müssen sie wahrnehmen, besonders in solchen Zeiten wie diesen jetzt. und die Selbstliebe ist nie ein Ego-Trip, ist nie egozentrisch. Die Selbstliebe ist vielmehr das Fundament, um andere lieben zu können. Wer sich selbst nicht liebt, ist nicht wahrhaftig beziehungsfähig, langfristig, mittelfristig und wer sich selbst nicht fürsorglich umkümmern kann, kann sich auch um niemand anderen kümmern. Der ist überfordert mit sich. Liebst du dich selbst? Ja, aber man, ich bin aus Fleisch und Blut und nicht jeden Tag, ab und zu. Gerade Corona-Zeiten merke ich und bespreche es auch mit meiner Frau und auch mit vielen Freunden jetzt die letzten zwei Wochen. Es geht uns allen ähnlich. Der, der sagt, ich bin super stabil und alles happy-peppy, der Hunk spürt sich nicht. Der soll nochmal hinsetzen und wirklich hinhören, seinen Körper nochmal genau studieren, auch die Stimme seines Herzens. Nein, es ist ein Auf und Ab diese Wochen für uns alle. Es ist Licht und Schatten. Es ist gar nicht anders möglich, weil es so eine riesen Zumutung ist. Gerade wenn du Kinder hast. Aber auch wenn alleine zu Hause hockst, ist es auch nicht lustig. Also es trifft ja alle. Die, die quasi kaserniert sind mit den Kindern, haben Challenges, die, die allein sind, hatten auch Herausforderungen und dazwischen auch alles Mögliche. Also jede Lebensführung war gefordert und das geht uns nicht jeden Tag gleich gut von der Hand. Das sollte man halt lügen. Aber also ich habe eine kleine Tochter und die nervt genauso manchmal, wenn die in der Nacht aufwacht, ist klar. Aber trotz aller dieser Dinge liebe ich sie doch bedingungslos. Liebst du dich selbst bedingungslos? Ich, es gibt viele Zeiten, wo ich mich bedingungslos liebe und ab und zu da wische ich mich, dass ich Bedingungen an mich stelle, die ich gerade nicht erfülle und dann leidet natürlich die Liebe darunter, die Selbstliebe. Und das sind Bedingungen, die Echo sind auf meine Erziehung, Glaubenssätze aller Art. Ich bin ja als Leistungsschwein erzogen, als alemannischer Bergbauern, Bub. Da gibt es immer wieder Echos, wo ich merke, jetzt hast du dich selbst übertrippelt oder alte zwänglerische Muster brechen auf. Ich bin ja kein Alay-Lama, ich bin ja am Weg. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber kann Liebe überhaupt funktionieren mit Bedingungen? Das ist für mich ein Paradoxon zum Beispiel. Grundsätzlich Liebe ist, sagt die Nena und davor schon der Fromm, glaube ich, oder? Liebe fragt nicht, Liebe will nicht, Liebe zwingt nicht, Liebe ist. Gleichzeitig leben wir im Hier und Jetzt und so eine Ehe zum Beispiel ist ja viel mehr als wie nur Liebe. Hoffentlich auch Liebe, sonst wird es eh düster. Aber gleichzeitig ist eine wirtschaftliche Gemeinschaft, gleichzeitig, wenn dann alle drei in die Schule kommen oder eines, die Schule ist eine wahnsinnige Disziplinierungsanstalt und Strukturierungsanstalt und zwar für die ganze Familie. Also das ganz viele Sachthemen und Zwänge, die hereinspielen, die kannst du nicht alle ignorieren. Ich bin jetzt da hergefahren und irgendwie haben wir noch einen Stress gehabt davor, weil wenn man die Dateien nicht runtergebracht hat aus Teams von der mittleren Tochter und ich muss jetzt gehen und wir waren beide schon genervt und sie war am Boden zerstört, dass ich das Ding nicht in den Druck erbracht habe. Also da habe ich halt beim Herfahren auch telefoniert und sie haben sich irgendwie anders gelöst. Ja, aber das riecht dann nicht noch um, das riecht noch und das ist auch okay, ich bin ein Mensch, Halleluja. Also und ich liebe meine Töchter bedingungslos, aber ich erpresse den halben Tag. Räumt endlich den Geschirrspüler aus, sonst das und jetzt tut sie mal das Handy endlich weg, sonst gibt es kein Fernseher mehr heute Abend. Also ich will da nicht gescheit predigen, liebe es bedingungslos. Ich lebe es ja nicht den ganzen Tag, aber ich darf da auch nicht zu streng sein da mit mir selbst, weil sonst muss man die Kugel geben, sonst geht es sich nicht aus in einem fleischlichen Körper. Ich glaube den ganzen Typen, die da völlig enthoben sind von allem, das glaube ich nicht ganz und wenn ja, würde ich ihnen gerne mal drei Kinder geben fünf Tage, dann schaue ich, wie enthoben sie sind. Irgendwann werden wir beide nicht mehr in diesem menschlichen Körper stecken. Da hört sich diese Phase unserer Transformation mal beendet. Dann stehen deine Kinder bei einer großen Feier zu Ehren von dir. Das ist dein Begräbnis. An was werden sie sich erinnern? Was werden sie von ihrem Papa erzählen? haben sie den Geschirrspüler? Genau. Ich glaube, da kommen tausende von Bildern in deinen Kopf. Also wie war das bei meinem Papa, als er gestorben ist. Da kommen tausende von Bildern in deinen Kopf, aber gleichzeitig gibt es so einige wenige, die in dein Gedächtnis eingebrannt sind und das sind oft gar nicht die größten Erlebnisse. Ich war einmal, als ich schon erwachsen war mit meinem Papa spazieren, da habe ich gesagt, geh mal spazieren. Da sind wir so hintereinander gegangen am Straßenrand und sage, Papa, was ist das Wichtigste im Leben? Mein Papa war jetzt nicht der Philosoph, der Papa war ein kaufmännischer Angestellter und damals schon in Pension mehrere Jahre, Herzkrankheit gehabt, Frühpension und da kam keine Antwort. Ich sage, Papa, was ist das Wichtigste im Leben? Du bist jetzt ein paar Jahrzehnte da, du musst das wissen. Also ich, der im Sturm und Drang war und die Welt erobern wollte und sagt, naja, weiß nicht. Da habe ich noch mal gerüttelt. Dann sagt er, Familie. Damals war ich enttäuscht. Da habe ich gedacht, scheiße, ich will jetzt eine... Du wolltest die Antwort haben, du wolltest die Antwort. Genau, ich wollte die kosmische Formel, ich wollte das von mir verborgene Buch des Lebens in seiner Selbstentblösung offenbart bekommen und dann kommt er mit Familie, was ich eh gerade 26 Jahre erlebt habe. Heute verstehe ich das und das ist etwas, was wir in großer Liebe und Ehrfurcht und Respekt als eines dieser Erlebnisse, die ich mit dem Papa habe, eingebrannt ist. Was das bei meinen Töchtern sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht, wir sind jetzt vor ein paar Tagen auf der Himmelwiesen in Mauer draußen, da gibt es auch eine Himmelwiesen, nicht nur im 19. haben wir eine Nachtwanderung gemacht und sind unter meiner Lieblingsführer gelegen, haben in die Sterne geschaut. Und das war für mich sehr berührend, wie wir da auf dem Rücken dieses Planeten liegen und hinaufschauen, bis es angefangen hat regnen, im Dunkeln. Das ist etwas, was ich erinnern werde, vielleicht Sie auch, oder wir waren in Corona-Zeiten jetzt zum ersten Mal Fußballspielen gemeinsam, die drei Mädels und ich in einem Park verboten befürchte ich. Das ist bei mir auch eingebrannt aus den letzten Wochen und dann gibt es halt hundert andere Dinge, aber ich weiß es nicht, was das Random Sample bei Ihnen sein wird, an Erinnerungen, die hier herausstechen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, um was glaubst du hinterlässt du bei Menschen, die du kennenlernst in deinem Leben? Ich denke, was unterschiedlich ist. Wo ist der rote Faden von Menschen, die dich kennenlernen? Ja, ich glaube schon, dass viele Menschen spüren, dass irgendwas in mir pulsiert, was mit Lebendigkeit und Liebe zu tun hat und das halt auch ab und zu sehr ungestimmt daherkommt. Ja, 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 auch. Aber ich glaube, dass das schon, ja. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich die Möglichkeit hätte, möchte ich diesen Teil, den ich jetzt aktuell noch an mir habe, irgendwie jetzt mal loswerden? Ich bin immer ein paar Kilo zu viel zur Zeit. Echt? Echt, das stört mich. Weil das auch ein bisschen lächerlich ist, dass es mich stört und ich es nicht wegbringe. Das hat was Unsouveränes. Das gibt es ja nicht, dass du das nicht besser in den Griff kriegst, weil ich auch ein bisschen bewegungsfaul bin. Würde man nicht glauben. Und da gibt es Leute, die mit 20 Kilo mehr super leben. Das merke ich ja auch. Das schaue mich an. Ja, aber jeder hat sein anderes Wohlfühlgewicht. Das ist super. Aber wenn du konkret frockst, was willst loswerden, dann hätte ich gerne sechs Kilo verabschiedet. Und da geht es nicht um die Kilo, da geht es um Selbstführung auch. Dass ich in der Selbstführung, in der Körperlichkeit, du musst wissen, ich komme aus einer unglaublichen körperlichen Ignoranz eben. Der Körper war ein reines Instrument. Ja, das habe ich halt gelernt als Buur. Und das ist halt so die Logik von alemannischen Bergbauern. Ich habe aber ganz viel Gutes gekriegt in meinem Rucksack auch. Also glückliche Kindheit, Urvertrauen, Durchhaltevermögen. Also ich will mich nicht beschweren. Aber was halt ein bisschen Elend war für einen, der dann als Stadtpflanze Kopfarbeiter wird und so weiter, ist dieses, ich gehe immer bis an die Grenze, wo es körperlich wehtut. Ja, wann tut es einem Kopfarbeiter weh? Da musst du relativ lang strampeln. Du bist der Körper und man sagt, ich mache immer nichts. Genau. Und da bin ich echt ein ewiger Lehrling. Ich mache Fortschritte, aber die sind bescheiden und halten gerade Stand mit dem körperlichen Verfall, der natürlich irgendwann dann auch einsetzt, wenn du über der ersten Lebenshälfte drüber bist, was ich bin, auch wenn ich lange lebe. Da merke ich, da muss ich zügig lernen, sonst überholt mich der Verfall. Also ich muss Körperbewusstsein lernen und wahrscheinlich bin ich deswegen da ein bisschen empfindlich, weil ich merke, du bist hier gefordert. Wenn du nicht, wenn ich diese Lernkurve nicht gut hinkriege, dann legt mir der Körper um. Das spüre ich. Hast du Angst vor der Stille? Na, die liebe ich. Weil würde ich jetzt mit Menschen über dich sprechen und sie sagen, laut, wenn er in einen Raum kommt, dann ist er da. Also es geht nicht, dass der Matthias Strolz irgendwo hinkommt und ihm ein leises Mäuchchen in der Ecke steht, sondern der ist da. Wenn er was macht, dann reißt er den ganzen Kahn mit. Da würde man mit dir keine Stille assoziieren. Das stimmt, ja. Wobei, manche schon. Ich kenne nämlich vier Leute vom Fasten in Berneck. Da bin ich still. Ich bin oft still. Ich liebe es ja auch allein zu reisen. Ein sehr stilles Erlebnis. Jetzt war ich wieder, ich habe ja mit meiner Frau ausgemacht, wenn ich die Politik lasse, dann will ich diese Freiheit auch spüren. Unter anderem in der Form, dass ich jedes Jahr einmal alleine auf Reise gehe. Ich war letztes Jahr in Indien drei Wochen alleine. Zwei Wochen Ayurveda gemacht. Das ist Stille. sehr viel Stille. Dann war ich in Vietnam. Zuerst Bangkok, ein Tag, dann Hanoi, drei Tage. Dann habe ich in mich hineingehört. Ich beschreibe es auch da drin. Und habe gesagt, hey Körper, wie geht es da? Wir können schon reden, wir zwei, das ist super. Lange gebraucht, die Sprache zu lernen. Das funktioniert, ja. Dann sagt er, ich will Ruhe. Dann sage ich, ja, ich auch. Oder du bist ja eh ich. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir gemeinsam, Körper und ich, 24 Stunden später, waren wir auf einer Insel und habe ich eine Woche Meditation und Yoga gemacht. War viel Ruhe. War sehr gut. Und dazwischen freue ich mich wieder auszubrechen. Dann war vietnamesisch und da bin ich in die Stadt gegangen und war zwischen 50.000 Mopeds und Geschossen und was weiß ich was. Das taugt mir dann schon auch. Und dann gehe ich wieder, auf dem Hamweg trinke ich ein Bier, irgendwo in einem Pub, treffe auch irgendwie Österreicher, natürlich, und dann gehe ich wieder in die Ruhe. Dann wird es mir zu viel. Du hast vorhin erzählt, dass in deiner Jugend Wien ganz weit entfernt war. Also jetzt nicht nur räumlich, sondern auch irgendwie im Kopf. Total, ja, ja. Wie war das Gefühl, als du dann da warst, als dann dieser Junge, der vielleicht in seinem Kopf immer nur quasi am Land war, plötzlich, pfff, in der großen Stadt. Ja, das ist ja schrittweise gewachsen. Also ich glaube, dass das sogar ein Vorteil ist, im Dorf aufzuwachsen, weil wer das Dorf kann, wird auch die Stadt rascher lernen. Umgekehrt, wer die Stadt kann, ist gar nicht so einfach, Dorf zu erlernen. Also die Welt muss zuerst klein sein, damit sie groß werden kann. Und das ging in Schritten. Ich bin ja dann zum Studium nach Innsbruck gegangen und kann mich erinnern, dann habe ich ein Jahr Dublin, war ich in Irland, Erasmusjahr. Und davor habe ich meine, ein paar Jahre davor war ich das letzte Mal bei meiner Taufpartin in Dornbirn. Die war meistens zu Besuch bei uns, im Klosertal. Also bei ihr war ich gar nicht so oft. Und als ich aus Dublin zurück war, habe ich sie wieder besucht, in Dornbirn. Und dann habe ich das Haus nicht gefunden. Dann habe ich daheim angerufen, Telefonzelle, gesagt, wo ist das noch einmal? Dann haben sie mir die Adresse nochmal gegeben, da bin ich ja vorbeigegangen, da ist kein Hochhaus, das muss ein Hochhaus sein. Meine Erfahrung der letzten Jahre, als Kind war das für mich in Dornbirn, wo ich gewohnt habe, ein Hochhaus. Und dann als 22-Jähriger habe ich das nicht gefunden, weil mein Bild von Hochhaus plötzlich ein anderes war. Also das Gebäude war da, das war das selbe Gebäude. Ich habe es nicht mehr erkannt, weil ich habe nur im Kopf gehabt, das sind Hochhäuser. Und das hat sich über die Jahre verändert. Und so war halt, jetzt Wien habe ich dann auch gekannt. Die Schule war mir ein bisschen zu eng mit 16, 17 aufwärts und dann wurde ich Landesschulsprecher und da konnte man zum ersten Mal selbst Entschuldigungen schreiben und habe natürlich jedes Seminar gebucht, das es gab in Österreich, um mich zu absentieren. Das hat mir viel mehr gegeben als die Schule. Und da habe ich natürlich Wien auch kennengelernt und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich Innsbruck fertig studiert und auch das Bundesjahr nachgemacht als Sanitäter. Und dann war für mich klar, ich will in die Bundeshauptstadt, auch als Politschädel. Ich muss jetzt dahin, wo es pulsiert. Ich muss mir das anschauen. Das habe ich schon gemerkt. Da wartet was auf mich. Ich liebe das immer, auch wenn ich so zwei, drei Wochen weg bin, durch die Westeinfahrt einzufahren, das ist, kriege ich kribbeln. Das ist Coming Home einerseits, das ist aber auch Großstadtdschungel. Das mag ich. Ich mag Wien sehr. Wann bist du richtig glücklich? Also wann sind die Augenblicke in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich einfrieren? Wenn es ginge. Das kann völlig unspektakulär sein. Ich war vor vier Tagen richtig glücklich, am Abend oder drei. Wann war das? Wir haben unseren Garten, meine Frau und ich haben einen Tag im Garten gewerkt. Also ich habe ja das Kleiner Garten, da habe ich ein Büro dabei. Das Büro ist ein Haus neben unserem Wohnhaus, was in Zeiten wie diesen jetzt sehr hilfreich ist. Ich bin Untermieter im Atelier meiner Frau, die ist Künstlerin. Da können wir leicht flüchten. Das ist ganz gut. Aber ich bin auch jeden Tag daheim zum Mittagessen. Und wenn Papa Tag ist, so wie heute, kann ich auch mal in die Stadt hopfen kurz. Aber ich muss davor natürlich das Mittagessen erledigen und bis zum Abendessen auch wieder da sein, um das zu checken. Und dazwischen die Kinder beschäftigen, die Hausaufgaben müssen erledigt sein und so weiter. Da bin ich am Abend gesessen in dem Garten, habe ein kleines Bier trunken. Ein Seider hat mich an Irland erinnert, da habe ich viele goldene Erinnerungen, da war ich glücklich. Ein Seider und ein Bier und war glücklich. Obgetaner Arbeit. Also das war auch das Glück des kleinen Bergbauernbuben, der da heute viel gearbeitet hat. Also das war aber glücklich. Bedingungslos glücklich hier gerade. Ja, ich war der Kaiser ohne Reich. Mein Reich war das Glück. Das kann aber in Vietnam, ich habe ein Buch auch angefangen in Vietnam, das hat sich jetzt nach hinten geschoben und ein anderes ist davor hingetreten. Da geht es ums Glück auch. Und da habe ich gerade eine Szene gelesen, weil ich es nach Deutschland geschickt habe, zu einer Verlags, einer, die immer Sparring-Partnerin ist, für meine Autorenschaft. Da beschreibe ich so, wie ich im Meer liege, am Strand von Foucault. Da war ich sehr glücklich. Da hat mich, da bin ich gelegen im Dunkeln, vom Meer habe ich ab und zu auch Angst, in der Nacht. Nachts im Meer habe ich Angst. Ich auch. An dem Abend nicht. Bin ich allein, völlig allein am Strand gelegen und die Wellen haben mich immer ausgetraut. Und wenn sie wieder rein sind, haben sie mich wieder hineingedreht. Und habe mich entzint, dass ich so viel Reichtum habe in meinem Leben. Die Familie, die mir dort wirklich abgegangen ist und habe in diesen Sternenhimmel geschaut. Und da habe ich gesagt, wo ist der Mond? Es ist ja vietnamesisch Neujahr, es ist ja das Mondjahr beginnt. Nein, der muss irgendwo immer dumm sein. Nicht gefunden. Er muss irgendwo anders stehen, keine Ahnung, da drüben. Und die Sterne. Und irgendwann stand der große Wagen vor mir. Links oben. Obwohl er, wenn ich zu Hause aus der Haustür gehe, ist er eigentlich da oben. Er hat gesagt, wow, meine Frau kann jetzt aus der Haustür treten und sie sieht dieselben Sterne wie ich. Da war ich glücklich. Das war so aus der Zeit gekippt. Und ich könnte nicht sagen, ob ich zehn Minuten da gelegen bin und rein und rausgedreht wurde vom Wasser und in die Sterne geschaut oder ob es drei Stunden war. also ich erkenne Glück auch daran, exposed im Nachhinein, dass ich aus der Zeit gekippt bin. Das ist quasi, die Psychologie würde sagen, du bist in einem Flow-Zustand, wenn du tätig bist oder in einer, ja, wenn du nicht tätig bist, sondern in einer Ruhe, dann finde ich Flow der falsche Begriff dafür. Ich weiß nicht, wie Psychologie dazu sagen würde. Es war Glück. Und dann fliegt es wieder davon. Das ist ein Vögerl. Herr Vogel, das ist nicht immer da, aber was ich habe, das ist, glaube ich, ein Geschenk meiner Kindheit. Ich habe eine Baseline von Glück und Glückseligkeit und Zufriedenheit. Und die kann aber auch ab und zu von Ärger überschüttet sein. Aber grundsätzlich weiß ich, sie ist immer da. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das weiß ich. Dafür kann ich nichts. Das habe ich mitgekriegt. Wie halt meinen anstrengenden Charakter oder andere Dinge. Aber das ist super. Das kannst du nicht kaufen. Beim Obi im Kübel. Kiloweise das kannst nur Geschenk bekommen. Haben Kinder das Glück als Teil ihrer Kindheit in sich? Ja. Die können ja aus der Zeit kippen. Die kennen dieses Konstrukt Zeit nicht. Die sind zwar eben quasi schon, das hat eben mit dieser Endlichkeit zu tun. Die sind zwar im Körper, aber noch nicht ganz da. Mit unserer Intellektualität. Die Kinder können ja auch in frühen Jahren noch Wesenheiten sehen, die wir nicht sehen können. als Erwachsene. Das hört dann auf mit sieben, mit acht. Die können Dinge sehen, die wir nicht wahrnehmen können. Dann, wenn sie quasi intellektuell ausreifen, stützt also auch die Hypothese, dass unsere Sinne und unser Intellekt diesen Blick in die Unendlichkeit vernebelt. Das glaube ich schon. Und die Kinder haben diesen Blick in die Unendlichkeit ein Stück weit noch. Und das ist natürlich ein Schlüssel zur Glückseligkeit. Und dann haben sie aber Anwürfe von Wettbewerb und Kooperation, weil ja, weil Leute sagen, Wettbewerb ist böse. Sie sagen, na, schaut sich mal Kinder an. Wettbewerb ist, Evolutionstheorie ist Wettbewerb. Also die, die sagen, Wettbewerb ist böse, die müssen auch sagen, Evolutionstheorie ist erlogen, erstunken oder böse. Nein, dass das Leben an dem Tag, wo du in Endlichkeit hineingeboren wirst, betritt Wettbewerb dein Leben. Weil du kannst in diesem, deinem Leben nicht alles machen. Du musst entscheiden, was du machst. Du kannst nicht alle Punkte auf einer Weltkarte anfliegen. Du kannst nicht alle Berufe, die Watcher 2 online hat, machen. Du kannst nicht alle Frauen oder Männer in einer glücksvollen Beziehung erfahren, keine Ahnung. Es geht sich nicht alles aus. Du musst entscheiden unter dem Zustand knapper Ressourcen, weil deine Zeit ist knapp, sie ist begrenzt. Können 100 Jahre sein, können 10 Jahre sein. Und das ist ein anderes Spiel, in dem wir uns als Erwachsene befinden. Dieses Spiel spielen Kinder noch nicht. Jetzt kann man sagen, manche Urvölker haben das auch nicht. die haben nicht dieses Konzept von Zeit und Raum. Ich habe mich noch nicht ausgiebig genug damit beschäftigt. Irgendwas in mir sagt mir, das glaube ich nicht ganz. Also diese Idylle der Urvölker aller Art. I don't know. Also ich nehme an, dass auch der Indiana große Feder von ähnlichen menschlichen Dynamiken gebanigt wurde wie wir. Nämlich, dass er nicht alles bekommt. Dass er die Frau seines Nächsten begehrt oder was immer da auf dem Berg Sinai da, welcher war es, auf die Tafel gekritzelt wurde. Also dazu sind auch urgeschichtliche Überlieferungen der Menschheit zu sehr von archetypischen Konflikten geprägt. Ob das die griechische Mythologie ist oder das Gilgamesche Epos oder die Bibel. Da geht es ziemlich zu. Da ist keine Idylle von Urvölker. Jetzt stellt dir jemand so ein Mikrofon vor deinem Gesicht und sagt, du Matthias, die ganze Welt hört gerade zu. Du hast Zeit, eine halbe Minute. Was willst du der Welt sagen? Du bist gut. Jeder hört zu. Hätte mich vorbereitet. Acht Milliarden Menschen. I love it in the air. Würde ich sagen. Vielen Dank. Danke dir.